Hallo, mein Name ist Marc und ich bin einer der Gründer von Black Sheep Athletics in Berlin. Ich trage den Qi One nun seit ungefähr anderthalb Jahren und ich bin super, super glücklich damit. Als ich ihn zum ersten Mal umgelegt habe, hatte ich ein ganz komisches Gefühl. Ich konnte ihn gar nicht den ganzen Tag oder über Nacht tragen und es war sehr, sehr unangenehm für mich. Und es hat sich so angefühlt, als ob mein Körper den Qi One irgendwie abstößt und es nicht will. Und es hat eine Zeit gebraucht, bis er sich daran gewöhnt hat. Aber während dieser Zeit habe ich bereits gemerkt, wie ich viel mehr Energie hatte. Vor allem, was für mich wichtig war, es hat mich ausbalanciert. Gerade in stressigen Situationen, wenn viel passiert, hat er mir geholfen, einen kühlen Kopf zu bewahren, klare Entscheidungen treffen zu können und Sachen auch nicht so persönlich zu nehmen, sondern einfach ein bisschen ausbalancierter und ruhiger zu sein. Und das ist eigentlich der größte Boost für mich. So viel mehr Energie und sowas, damit hatte ich nie die Probleme gehabt. Aber ich brauchte einfach diese Ruhe. Und das ist auch der Grund, warum ich ihn bis heute trage, weil ich einfach das Gefühl habe, dass er mich ausbalanciert und einfach mein Kopf klar und ruhig ist. Ich bin super glücklich damit und bin sehr, sehr glücklich, dass Chris dieses Produkt auf den Weg gebracht hat und mich so früh gefragt hat, ob ich ihn ausprobieren kann. Vielen lieben Dank.